jo freunde was geht ab ich hoffe ich geht's gut genauso hier heute ist ein video und heute wollte ich mal sagen heute ist bald weihnachten also jetzt am sonntag ist weihnachten aber das ist gar nicht das thema freunde heute 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 ist es mal thema wie lange feiert ihr mich schon schreibt es mal ehrlich in die kommentare also seid ihr schon von anfang an viele sagen immer von anfang an schreibt die zahl wenn ich es nicht wisst schreibt einfach ich schätze fünf versus zehn jahre als beispiel also schreibt in die kommentare wie lange ihr mich feiert und ich hab da bin ich mal gespannt weil wieder es gibt ja sehr 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 viele leute wo mich feiern und es gibt auch sehr sehr viele leute wo mich jetzt erst feiern in diesem jahr es wird 2018 noch mehr fans kommen und die werden auch erst denken was macht ihr und dann mitte august oder so werden die das auch erst alles checken was er so alles macht weil ihr da draußen ihr wisst ja manche schon die um mich schon lange verfolgen was ich alles schon durchgemacht habe in dieser wohnung allgemein ich bin ihr wisst euch mehr und deswegen sage ich so freunde es ist schon krass dicker wenn man 2018 denkt alter was ich alles erlebt habe und was ich noch machen kann und auf jeden fall alter schreibt es in die kommentare wir sehen uns wieder natürlich wieder bis morgen ich sag wieder schauen und reingehauen bis dann tschau tschau